Ihr habt jetzt eure Schulzeit hinter euch. Ihr habt für gute Noten gelernt, gearbeitet und wollt jetzt studieren oder seid schon in einer Lehre. Das ist euer Leben, was jetzt vor euch liegt. Ab jetzt habt ihr es selber in der Hand. Misstraut jedem, der euch vorschreiben will, was ihr in diesem Leben zu tun und zu lassen habt. Misstraut jedem, der euch vorschreiben will, was ihr essen sollt, wohin ihr in Urlaub fahren dürft, welches Verkehrsmittel ihr dazu benutzen sollt. Es ist euer Leben. Ihr habt dafür gelernt, ihr habt das auch drauf, das selber zu meistern. Das gilt auch am 14. September, wenn zur Landtagswahl die Frage steht, wen ihr wählen sollt. Da gibt es Leute, die euch euer Leben vorschreiben wollen und es gibt Leute, die euch ermöglichen wollen, euer Leben selbst in die Hand zu nehmen. Für junge Familien werden wir was tun. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wichtiges Ziel am 14. September. Bitte eure Stimme für die FDP.